so da bin ich wieder zehn dingen zehn eisen aber noch dabei was sagst du zwölf eisen mal gucken kann ich die kohle versenken jawohl so ich würde jetzt gerne mal gucken ob ich vielleicht in der zwischenzeit guck mal die kürbisse an ach super ist das nehme ich mir hier mal zack nehme ich mal jemand die hälfte vom will wieten mit und dann gehe ich mal gucken ob ich dazu wirklich züchten kann die schafe haben immer noch keine neue wolle aber die kann ich gleich noch mal ein bisschen animieren scharf ausgewachsen schwein ist ausgewachsen hier guck mal ihr beiden so und baby schwein in aktion so kuh und kuh gesellt sich gern das kuh kontinuum begründen wir hier so die hundis wie geht es in den hundis eigentlich sollte ich vielleicht auch mal gucken ach den hundis geht's gut super können wir eigentlich mal mitnehmen und euch da hinten auch ne hopp und hopp und hopp und hopp so wow 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 die hundis kommen ja eh gleich nach das ist ja gar kein problem da kann ich die koppel ruhig zu machen ich glaube wir mal extra ein bisschen durch den wald damit ich alle draußen habe so kommt mal angerutscht hier so die restlichen bitte auch herrschaften bitte rein so genau komm mal rein immer rein immer rein immer rein so hinsetzen 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 hua ich glaub's ja nicht kommt hier der allianz futzi einfach lang gescheißer ich gehe jetzt aber nicht näher ran so wie letztes mal alter wie viele hunde nee ich trau dem nicht ich will keine versicherung nee ich greif den nicht an falls der wieder was mitreißt dann reißt er auch die hundis mit das will ich nicht stattdessen werde ich mir hier noch mal ganz kurz die samen schnappen und werde mir mal ganz kurz das ding hier schnappen und auch so so was ich noch mal ganz kurz mache ich hoffe der allianzmann kommt hier ja nicht rum einfach mal wieder die eier einsammeln man weiß ja nie wozu es gut ist die legen schneller als ich sammeln kann so naja ihr macht das schon egal den rest lasse ich da mal drin so freunde jetzt geht's elf in der lustigen nächste runde auf dem feld ich komme mir hier inzwischen vor wie ein bauer wenn ich hier rüber tölpende so ok ganz vorsichtig und behutsam bloß keine junge ernte kaputt machen so so So, wupp Ich glaube, es wird schon wieder dunkel Aber das ist ja hier so ein Hobby vom Spiel, glaube ich Ich glaube, ich habe so eine Minecraft-Version, wo es permanent einfach nur Nacht wird So, hier, wupp, und Ist mir egal, hier bin ich auf dem Feld Hier bin ich ja hoffentlich sicher Ah, ne, bin ich nicht, weil da drüben ja das andere Feld ist Wo noch grün ist Da können noch Viecher spawnen So, haben wir es jetzt Oh, da haben wir was vergessen So, das sieht gut aus, soweit Das gleiche jetzt nochmal Hier auf der Seite, wupp So Schubidu, la 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 Schubidu, li die die Einfach mal Bauernarbeiten bei Nacht So, dat kommt weg, dat kommt weg So, wie viel haben wir denn? 43, ach wunderbar Das reicht ja fast fürs ganze Ja, fürs ganze Feld So, mach ich hier schon mal La 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 Ach, natürlich So, da la 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 Oh oh Ich sehe sie doch schon da hinten in der Ferne. Hählende Dreckssäcke. Man, diese Creeper sind teilweise wirklich sehr nervig geworden. Aber ich glaube, das war schon immer so gewollt. So, ach, gucke mal. So, und Tja, dann kann man sagen, wir haben hier ein wunderschönes Feld. Dich muss ich noch rausholen, die Kuh muss ich noch rausholen. Und wenn wir uns hier zwischen bewegen, dann sind wir auch vor Creepern und anderem Gesocks sicher. Das heißt, wir können uns hier super sicher zwischen unseren Feldern bewegen. Und genau dafür war dieser Weg hier gedacht. So kann man auch das nachts noch arbeiten. Und hier sollte eigentlich, hier sollte relativ wenig spawnen, weil wir hier ja quasi unsere Tierfarm haben, die schon genug Plätze belegt. Und pass mal auf. Jetzt mache ich mal folgendes. So. Vielleicht kann ich den... Ach du scheiße, ach du scheiße. Du und du. Und du und du. Und du und du. Und du und vielleicht du. So und du leider nicht. Tut mir leid, aber das hier ist jetzt nur noch Dingens only. So. Lass mich doch mal... Hilfe! Hilfe! So, der Hund müsste doch theoretisch jetzt hier eigentlich... Boah, ich hasse diese Creeper. Okay, warte. Ich setze den Hund nochmal ganz kurz hin. Da sind ja eh noch ein paar andere Hunde. Äh, dann würde ich sagen, ich gehe erstmal schlafen. So. Hier. Waaah! Ich verachte dich. Zum Glück kann ich jetzt nicht zum Fenster gucken beim Einschlafen. Na, Gott sei Dank. So, guten Morgen. Das Ding hängt da immer noch im Fenster. Da sieht man schon das Fleisch in meiner Hand und möchte unbedingt mal abbeißen. So, und hier von unserem ganz tollen, fertigen Jägerdach. Ach, guck mal, wie es alles brennt in der Nachbarschaft. Herrlich ist das. Herrlich. Ist der Creeper jetzt hier, oder? Ja, jetzt ist der Creeper hier. Können wir den denn von hier oben erledigen? Na, so sowieso nicht. Außerdem hängt die Framerate jetzt gerade. Ich hoffe, das hängt nicht mit den Tieren zusammen. Creeper. Mütze! 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 Auf die Mütze! Huch, nee. Das war er hier, ne? Genau, das war der. Super. Okay, was mach ich denn nun? Hier wächst das Efeu wie blöd. Das ist ja ganz fantastisch. Hier drüben auch. Das wird ja so ein richtiger Dschungel. Das wollte ich hier eigentlich gar nicht. So, guck mal. Neue Schafe wachsen auch voran. Dann müssen wir vielleicht, wenn die neue Schafe nachgewachsen sind, müssen wir die alten leider ein bisschen dezimieren. Ich glaube, die Framerate riecht jetzt auch mitunter deswegen ein, weil es hier halt wirklich auch sehr viele Tiere werden inzwischen. Oder wie liegt das daran? Ich weiß es gar nicht. Wenn ich hier zum Feld gucke, habe ich noch 25 Frames manchmal. Kann aber auch sein, dass es ein Hintergrundprozess ist. Ich weiß es nicht genau. So, auf jeden Fall. In der nächsten Runde. Ich weiß doch gar nicht, was wir machen wollen. Ich würde gerne die Küche ein bisschen ausweiten. Ich würde das Bauernhaus gerne ein bisschen ausbauen. Ich würde gerne noch so einige andere Sachen machen. Überhaupt mal wieder ein bisschen bauen und vielleicht weniger Eisen holen aus irgendwelchen Höhlen. Das wäre schon mal schön. So, das tue ich mal hier. Pass mal auf. Ach. So rum. Dann nehme ich hier das 64 in den 64er-Stack wieder raus. Ach, wir haben ja eh zwei Öfen. Mensch, gar nicht mehr dran gedacht. So, nehmen wir mal Gold. Arrrr, Gold. Gib mir all dein Gold, Geibraschbriefwurt. Geibraschbriefwurt. Hu, ha, 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 ha. So, ich würde sagen, hier geht, Alter, wie viele Tiere das sind. Guckt euch das mal an. Alter Schwede. Na gut. Wir gehen mal in eine kleine Aufnahmepause in der nächsten Runde. Wir haben noch einiges zu tun. Wir würden gerne, wir vor allen Dingen, ne? Wir würden gerne Melonsamen noch finden. Aber diesmal in einer richtigen Höhle und nicht hier diese Ausredenhöhle, wo wir eigentlich sowieso nur Eisen finden. Und zwei Diamanten immerhin. Und das nächste Mal vielleicht auch, wir müssen auch mal ein paar neue Sachen wieder machen. Nicht nur immer bauen und Höhle, sondern vielleicht mal wieder ein bisschen was ausgeflipptes. Wie zum Beispiel das Portal mit dem Baumhaus verbinden und dann nie wieder benutzen. Das wäre doch auch totaler Traum. Naja, jedenfalls am Baumhaus müssen wir auch mal wieder ein bisschen basteln und so weiter und so fort. Und naja, es gibt auf jeden Fall noch genug zu tun. Hier muss doch ausgebessert werden. Da müssen wir noch einen Weg machen. Hier muss noch ein Wald hin. Das ist ja relativ schnell gemacht. Vielleicht mache ich das mal nächstes Mal. Könnte ich eigentlich auch jetzt machen. Guck mal, ganz kurz habe ich hier noch Erde. Ja, da habe ich noch dabei. Könnte man eigentlich mal machen. Guck mal, hier das Leder lasse ich mal da und das Gunpowder lasse ich mal hier beim anderen Gunpowder und die Rose lasse ich mal bei der anderen Rose. Wieso habe ich hier eigentlich Blumen drin? Ach, egal. So, pass mal auf. Kleine Schafe, große Schafe, mittlere Schafe, alle Schafe. Und wenn wir da noch richtig so viele Kühe und richtig viele Schweine haben, was soll das denn dann erst werden? Das kann ja noch heiter werden. So, noch drei. Ach, jetzt haben wir das Gold da drin. Na, egal. Wir haben ja noch drei rohe Fleisch, die wir loswerden müssten. So, dafür ist zum Glück noch Platz. Ja. Okay, jetzt haben wir das Gold da drin. Die Damen tollenburstten, die wir hier um in den Heiligen Gelder